Gameloft Gameloft Montreal Presents Modern Combat 4 Zero Hour Schön, dass du wieder eingeschaltet hast Ja, hier zu einem weiteren Let's Play von Ja, Modern Combat, ich hab gedacht Ja, okay, wir haben damit angefangen, ersten Let's Player Wir haben zwei Abonnenten erreicht, dann müssen wir einfach damit mal weitermachen Und ich schätze mal, vielleicht war das gar nicht so eine so schlechte Idee Ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel, ich hab gerade eben schon mal reingeguckt Ja, ich möchte wirklich ein neues Spiel starten Auf normal Late Und ich hoffe, wir können das Ganze mit Controller spielen Ich glaube aber nicht Okay, hier geht's schon mal nicht Naja Ich hab übrigens neben diese drei Punkte leider nicht wegbekommen Home Zurück Auflösten Was weiß ich Ein Flugzeug Wo fliegt sie uns hin? Ein zweites Und ein drittes Starkes Trio Ein Jet fliegt überall zu weg Und wir sehen ein riesengigantisches Spielfeld Aber auch gleich der erste ist verschwunden Jetzt sind wir nur noch zwei Unser Flugzeug Werden sie es schaffen Werden es beide sich schaffen Und ich würde sagen, da ist das nächste weg Und das hier scheint auch nicht mehr lange zu leben Und weg ist es Und da sind wir Und da sind wir Und da sind wir grafisch spieler wenn die und die Zeit okay die beiden steigen einfach kurzfristig okay das wird nicht umstellung okay das ist eine Herausforderung können wir vielleicht richtig angst ok tionen ich kann mir da ganz kurz was umstellen steuerung jetzt hier ne tut sich nix steuerung plus ok wir haben übrigens mittlerweile 039 sagen starten wir und ihr kennt mich vielleicht machte ich bin hallo okay ich habe hallo ich hatte kurz hatte keine kontrolle mehr weil ich weiß nicht das alter ich hab das spiel reinkommen so ich habe eine ganze weise keine handyspiele mehr gespielt ich bin das war ich noch nie so und der ist auch weg du scheiße zu gefährlich für mich eindeutig okay wir müssen noch einiges üben wenn wir noch einen endpost besiegen müssen und wir müssen gleich erstmal entdeckung gehen vielleicht sind wir auch noch nicht gut genug so ok wir haben anscheinend ein auto aim drin ne ja jo ich folge dir du kriegst ein follow von mir hallo ich will dir gerne drüber springen die 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 das ist auch die machte Naja, die Sperrung geht jetzt. Gewöhnungsbedürftig. Aber das wenn ich gleich rennen, ist ja ein bisschen blöd, weil eigentlich ist ja im Krieg Dauerrändern gesagt, so ziemlich. Ok, einen schafft es. Ok, wir haben da oben einen unsichtbaren Spezialschützen, die es aussieht. Wo soll es geduckt hinter diesem Panzer bewegen? Das war glaube ich gar nicht so scharfe Idee. Ja. Yay! Speicherpunktladen tun wir mal. Jo, kann man nicht was falsch machen. So. Ok. Ok, wo bleibt unser Panzer? Da ist unser Panzer! Ok, wir sind hinter dem Panzer. Der hat in der Panzer jetzt einen Schuss. Doch wie lange wird er einen Schuss geben oder hat er den ersten Schlager bekommen? Und das war... Oh, da habe ich unser Panzer. Wo müssen wir... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ok, den haben wir auch aufgeschaltet und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ha, wir sind drüben. Keine Chance mehr. Wir sind die Besten. Ok, wo geht's in diesem Roman? Niemand, kein Gegner. Puh! Haben schon... Wenn man von Gegnern spricht, dann kommen da welche und hier gleich mal erstmal eine Pause. Puh! Weiter geht's. Und weg ist der Typ. Komm, komm, die Luft ist rein, Klitschko. Vielleicht doch nicht so rein. Wodka ist rein. Wodka ist rein. Wodka ist rein in Seele. So. Haha, ich bin der perfekte Sniper hier. Vorwärts in Höllengeschwindigkeit. Ok. Ok, wo geht's hier lang? Danke schön. Danke, dass du mir den Weg zeigst. Ich bin so echt aufgeregt. Oh, oh, es lädt. Es lädt. Ich habe Angst. Ähm, was einer eigentlich für Youngboy? Japan 30 aufgenommen und gesagt, gell. Gute Mama, wo ist 50 oder so? Die Folge wird jetzt nicht so lang gehen, die erste. Mal gucken. Ich würde sagen, Miss erste Folge, erste Mission, würde ich sagen. Das passt schon. Einfach so zur Eingewöhnung. Ok, dann müssen wir die Drohne steuern. Jetzt wird's lustig. Ok, die haben wir alle ausgeschaltet. 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 Alle soll es nicht auch haben. Ich kann mal in die Schule kommen, Mann. Schule aber beste. Die Lehrer mögen das bestimmt. Hä? Irgendwas passiert? Ok, die Drohne ist weg. Wir werden sterben, Mann. Ok, wir haben eine Windtown. We haben eine Windtown. Ha, ich habe mir schon was gegeben. Ihr seid Versager. Alter. Alter, die sieht doch noch aus wie ein Neumann. Jetzt. Spätestens du sie das. Es war ein Testprogramm, Mann, Alter. Ich schwör. Ich muss sagen, das Handling von Modern Combat 5 hat mir einiges besser gefallen. Aber okay. Vielleicht wollt ihr das auch noch mal sehen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. In irgendeiner Weise Multiplayer, was weiß ich. Vielleicht seid ihr doch selber mal interessiert mit mir Multiplayer aufzunehmen, was weiß ich. Was? Was? Aua! Das hat aber wehgetan, Herr Choco. Speicherpunkt laden. Ja. Hey, dreht die Tür an, Charlie. Voll, Charlie. Ha! Ihr habt das doch gemacht, Alter. Wieder Belebungszeit zurückdrehen. Ok. Abgewehrt. Kontaminiert. Aktiviert. Ok. Weiter geht's. Würde ich sagen. Puh. Es sind ganz viele Blutflecken. Ein Monster muss hier zugewandert gewesen sein. Oder einfach nur. Ein Typ. Ich bin friendly. Ich bin friendly. Ich bin friendly. Bring euch um. Ok. Du 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 du. Oh, was ist das? Militär Shop? Cool. Ja, Militär Shop to go. Bidididip. Das kennen wir davon. Neu irgendwie cooler. Ah, danke. Das ist unser Nachladen hier völlig. Und dann WK. Nein, doch nicht. Hallo. Lass mich in Ruhe, aber ich bin. Kann es halt. So kann man aufzielen. So. Und wer jetzt vor der Kaufentscheidung steht, soll ich mir jetzt Modern Combat 4 kaufen, weil er sich Modern Combat 5 nicht leisten kann. Entweder spar auf Modern Combat 5 und hol dir auf jeden Fall das. Und wenn du Modern Combat 4 findest, hol dir das. Oder Modern Combat 4 findest, hol dir das auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein richtig cooles Game. Und vielleicht haben wir auch mal die Chance zusammen zu spielen. Wer weiß. Wenn mir das mal erklären möchte, oder das Spiel selber hat uns interessiert, das wie gesagt wird mir das mal aufzunehmen und so machen. Der soll mich einfach mal anschreiben. Ja, die schon plötzlich. Das ist wirklich einer für uns. So groß wie die Sieg Drohnen, die wir gerade eben sehen. Ach du Kacke. Da, du einen Shot ins Gesicht. Und der auch. Erstmal hier wieder beruhigen, Alter. Alter, was ich hot. Na gut, vielleicht auch gar nicht so schwer mit dem Auto, ey. Aber es kann nichts dafür. Ich kann das nicht ausschalten. Wäre sonst vielleicht etwas cooler. Also wenn da vielleicht jemand weiß wie das geht ausgeschalten, dann soll er mir bitte in die Kommentare schreiben. Es kann aber sein, dass das erst einige Folgen danach kommt. Ich weiß nicht wie viele Folgen ich jetzt hier aufnehme. Ich denke mal, es wird erstmal nur diese eine Mission sein. Ich weiß nicht wie viele Missionen dieses Spiel insgesamt hat. Vielleicht kann mir das auch jemand sagen. Oder vielleicht kommt mir das auch gleich nur, dass Sven ja anzieht. Hallo, darf ich vielleicht auch irgendwann mal. Hä? Ich check irgendwie nicht. Ist die Mission auch mal irgendwann vorbei? Oder das Topmodus ist in einem Stück durch? Okay, er reicht den Konferenzraum. So, jo. Hm, wie machen wir das noch? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auch in der nächsten Folge wieder. bei Let's Play Modern Combat 4. Oh, das müssen wir noch nicht mehr zeigen. Ah, das machen wir noch. Okay. Neulich hab's kalten. Ja. Wie fian'nen wir hier ein? Ja. Aber ich weiß nicht. Wann auch noch mal nur? Ja. Du, du, du. 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 das kann ich nicht sagen dann kann ich nicht gleich aufnehmen Nein, dann werden wir immer sich von oben durch diese Aussage gibt es wirklich? Ne, ich glaub nicht wenn das jemand weiß, kann das ja auch mit Kontare schreiben und Kontare freue ich mich immer Alter, wie knapp wir gerade einfach mal an dieser Kante waren das ist übel und wie es hier weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge bis dahin, sag ich einfach mal Ciao mit uh oh uh oh uh oh uh oh uh oh